Kannst du mir bitte mal sagen, wie du für deine zwei Füße tausend Paar Schuhe brauchst, aber gleichzeitig die Frechheit besitzt, mir das neue iPad zu verbieten, nur weil ich schon altes habe? Ja, sparen. Aber nicht an dir, oder was? Denkst du, ich bemerke nicht die Botox-Rechnung auf unserem Kontoauszug? 1.500 Euro! Und deine Visage sieht immer noch genauso faltig aus wie vorher. Aber ist ja egal, ist ja eh nicht für mich, sondern für diesen schleimigen Italiener, der dich durchbumst, anstatt dir Tennis beizubringen. Solltest du vielleicht doch mal ab und zu ein bisschen über den Platz wackeln, dann würde dein Arsch vielleicht ein bisschen kleiner, du Nutte! Ich finde, Sie haben große Fortschritte gemacht. Finden Sie? Also ich fühle jetzt auch nicht mehr so den Zorn gegen meine Frau. Naja, deswegen machen Sie ja die Paar-Therapie. Das war's für heute für Sie. Wollen Sie Ihre Frau reinschicken? Ja, gerne.